Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Entschrouded. Wir gehen hier in unser gemeinsames Spiel. Ich war ein bisschen fleißig. Offscreen. Ich habe hier... Ja, hallo. So, ich habe hier den Werkstattbereich erweitert. Ich habe auch den Alchemisten hier wieder runtergeholt. Es kommen ja noch zwei, also im Moment zumindest, zwei weitere Handwerker dazu. Ich weiß nicht, ob ich da oben mein Haus ausbauen werde. Ich denke schon, irgendwas werde ich da machen. Vielleicht auch ein bisschen spielerisch, weil wir wirklich brauchen... Wir sind alleine, wirklich brauchen tun wir es ja nicht, ja. Wir haben einen Teppich hier hingelegt, damit ich hier etwas höhere Ausgrutbonus bekomme. Was machen wir heute? Wir brauchen... Wir sollen einen weiteren Flammenaltar bauen. Da ist... Können wir machen. Die Frage ist wo, weil es ist ja ein Schnellreisepunkt. Ich würde dazu tendieren, dass man vielleicht hier in den Norden reist, Richtung Bäuerin oder... Ja, wir könnten dann hier lang und da oben irgendwo in der Ecke ein Schnellreisealtar machen, mal damit wir einen haben. Und etwas weiter in den Norden kommen. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre hier Richtung Krypta der Erbauer. Das ist mir hier in der Ecke irgendwo. Wir sollten auch irgendwas aussuchen. Da hat es die Krypta... Da gibt es Distelsamm, da gibt es was zu entdecken. Da gibt es was zu entdecken. Ich würde sagen, wir reisen Richtung Bäuerin und werden hier oben irgendwo ein Schnellreisepunkt im Altar bauen. Das heißt, wir werden jetzt... Hapa, Hapa... Da muss ich gucken. Vielleicht sollte man noch ein bisschen was köcheln. Da habe ich die Ersatzklamotten drin. Ich habe jetzt mal das Jägerset gemacht. Ihr seht es oben am Lebensbalken. Es ist deutlich weniger... Ähm... Ich will das nochmal mit... Das tun wir köcheln. Es ist deutlich weniger Leben. Also da... Das ist schon ein bisschen bitter. Aber... Ich wollte noch was anderes gucken. Der kann... Die Tränke herstellen. Da haben wir aber noch welche. Gesundheitstränke brauche ich jetzt im Moment auch nicht. Und den Rest... Ja, der hat jetzt zum Beispiel hier so ein... Alchemisten-Lehrlings-Set, das man herstellen könnte. Äh... Das geht eher Richtung Mana. Also für uns weniger zu gebrauchen. Hier diesen Geisterstab. Dann haben wir hier Zauber, die wir herstellen können. Aber das hier wollte ich ja genau. Also bei ihr können wir jetzt Spezialpfeile herstellen. Das sind Leuchtpfeile. Die könnten eventuell ganz praktisch werden. Und eben momentan als weitere, bessere Pfeile die Feuersteinpfeile. Das ist super. Dann haben wir das Trockengestell. Da können wir Felle herstellen. Das habe ich ja schon gemacht, damit ich hier meine Rüstung herstellen kann. Wir können Felle zusammennähen aus Fellfetzen. Die Harzfackel habe ich auch schon hergestellt. Beziehungsweise muss ich aufpassen. Hier die Wachsfackel. Die hält dann auch etwas länger. Hat etwas mehr Schaden. Auch gerade wenn wir in Keller sind und Spinnen erschlagen. Da ist die Fackel ganz praktisch. Und das ist eben dieses Speer-Set. Es hat auf Ausdauer Sets, das ganze Fernkampfschaden, kritischer Schaden und Ausdauerregeneration. Also weniger auf Leben. Das ist so, ja. Teppich haben wir schon hergestellt. Und den kleinen Rucksack habe ich auch hergestellt. Das heißt, wir haben jetzt hier nochmal mehr Platz. Da sollten wir eigentlich jetzt eine ganze Weile damit klarkommen. Jetzt muss ich kurz mal kurz was schauen. Ähm, wir könnten uns ein paar von den Bären machen. Genau. Wir brauchen nicht viel. Die warten wir noch schnell ab. Und dann haben wir nämlich drei Buffs. Einen Getränke-Buff. Dieser Healing-Buff von den Bären. Und der Essens-Buff. Das müsste... Müssen wir nachher mal schauen. Das müsste eigentlich... Wie lange brauchen die? Wow, wir brauchen fünf Minuten für eine Bäre. Äh, ich würde mal sagen... Wir gehen jetzt los. Ich esse jetzt schnell was. Ach nee, das wollte ich noch. Genau. Wollte noch schnell köcheln. Und zwar hier. Das hier. Das geht ja Gott sei Dank relativ fix. Ich bin gespannt. Wie ich jetzt mit dem weniger Leben klarkomme. Und dann brauchen wir noch... Hier. So. Und... Getrocknete Bären habe ich wirklich noch nicht, gell? Nee. Die sind auch nicht schlecht. Aber ich will davon erstmal welche... Obwohl, wir könnten folgendes machen. Stapel teilen. Stapel teilen. Das machen wir jetzt so. Die sind jetzt nicht die beste Idee, weil ich glaube, die geben einen Stärke-Buff. Na. Ich muss mal gucken. Ich glaube, Tomaten sind dann eher was für uns. Die geben, glaube ich, einen Geschicklichkeits-Buff. Da weiß ich bloß nicht, ob man die irgendwie auch zubereiten muss. Und jetzt können wir... Und jetzt können wir... Jetzt haben wir drei Buffs aktiv. Das ist prima. Und jetzt können wir... Dann tue ich hier mir trotzdem wieder ein paar... Na, die Bären können wir nachher pflücken. Okay. Also, dann würde ich sagen, machen wir schnell Reise. Hierhin. Markieren uns die Krypta... Der Bäuerin als primäres Ziel, als Wegpunkt. Okay. Sollen wir bloß mal schauen, in welche Richtung geht das. Ziemlich genau in die, würde ich mal sagen. Das heißt, wir können hier am versteckten Grab... Hier am Schrein der Flamme lang. Und mal gucken, ja. Das ist... Ja, ich freue mich schon drauf. Ich weiß bloß nicht, glaube ich, beim Carpenter, beim... Zimmermann. Da können wir, glaube ich, den nächst besseren Kleider dann herstellen. Okay. 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 Hmm. Oh. Ah. Ah. Oh. Oh. Nee, eigentlich will ich da in das Feld, was ich jetzt hier... Wo mir gerade das Essen rein hat, will ich Beeren rein. Was haben wir hier? Pilze, da sind Beeren. Das mal kurz raus. Ach, Quatsch. So, haben wir da schon mal ein paar Beeren als Platzhalter drinne. Und können wir mal welche finden unterwegs weiter sammeln. Die sind ja immer ganz praktisch, wenn man zwischendrin mal schnell ein bisschen Leben hochheilen will. So, da unten ist... Stein der Flamme. Und Beeren? Und waren wir hier schon? Ja, das ist Funtal. Eigentlich will ich da jetzt nicht schon wieder kämpfen. Wir gucken, ob man hier seitlich irgendwie vorbeikommt. Ja, das Spiel, da ich das natürlich... Klar, die Karten werden immer wieder... Die Gegner tauchen wieder auf, wie bei anderen Spielen auch. Verleitet einen natürlich dann schon dazu, sich immer wieder an denselben Ecken, wenn man von A nach B geht, dann aufzureiben, zu kämpfen. Zeit totzuschlagen. Und... Was sind wir jetzt hier schon? Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Und, äh, sich ablenken zu lassen von dem eigentlichen Ziel, was man hat. Wir haben gesagt, wir wollen eventuell hier hinten irgendwo einen Schrein mal aufbauen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, aber... Wir werden das jetzt einfach mal abhaken. Ich glaube, ich muss trotzdem... Ich muss kurz zu. Kriegen wir noch 15, ohne dass wir hier großartig Löcher in die Landschaft schlagen müssen. So. Also, jetzt tun wir mal ein Flammenaltar aufbauen. Die kann man ja auch wieder abreißen. Also, von daher vergeben wir uns jetzt nichts. Und wir stellen den jetzt einfach mal hier hin. Und haben damit einen Schnellreisepunkt. Und jetzt sind wir schon auf dem richtigen Ding. Hier findet die Bäuerin. Und jetzt kommen wir hier irgendwo hoch. Und jetzt kommen wir hier irgendwo hoch. Okay, da sind wir in der Krypta. Der Erbauer für die Bäuerin. Und da sehen wir schon oben, wir müssen drei Spalter aktivieren. Damit die Türe aufgeht. Das hier kann man sich schon mal wieder hochhangeln. Da geht's rüber. Okay. 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 was das halbe leben weg hier will ich da sind wir jetzt schon mal ein stück ich könnte es die sachen hier zu schlagen für schrott aber das sparen wir uns das ist der eingangs bereich da haben wir einen haken um rüber zu kommen aber gucken wir zuerst mal hier noch weiter da haben wir was das buch zum abbauen nicht zum lesen da okay das war nicht so gut ach da wäre noch sehr da hätte ich okay das gucken wir nach jetzt gucken wir mal schon hier unten sind hier unten nach ob hier irgendwo noch ein schalter ist da ist schon mal nix auch keine truhe und nix das ist ein geheimgang ja und das haben wir einen ring plus zehn lebenspunkte ausdauer punkte und mana punkte der müsste besser sein wie das was ich aktuell an habe lebenspunkte ausdauer lebenspunkte ausdauer okay das heißt dann können wir hier den grad sagen ausrüsten weil na ne 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 bin ich jetzt ne 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 So, es ist was schief gelaufen bei mir mit der Aufnahme. Ihr habt das wie Brüssel nicht mitgekriegt hier. Hier war noch ein Schalter und da drüben war noch ein Schalter. Ja, ich hatte pausiert, weil ich mit den Ringen Probleme hatte. Aber es geht jetzt... Ja, ich habe jetzt hier einen von meinen identischen Ringen abgelegt gehabt. Das Merkwürdige war, dass ich im Ausrüstungsfenster, wenn man sich dann die Details angeschaut hat, plötzlich einen Link auf den Rucksack hatte und ähnliches. So, aber sei es drum. Tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen gebackt hat. Wir holen uns jetzt die Bäuerin. Oder die Farmerin. Und die werden wir natürlich nachher gleich aufstellen. Jetzt gucken wir hier bloß noch fertig. Mal was finden, aber da ist mal nix. Da drüben... Ist da oben was? Ne, ich glaube nicht. Was ist denn da aus? Man gibt auch... Doch, da oben hat es einen Greifwagen. Ne. Okay, brauchen wir nochmal. Okay. Und, haben wir hier was? Ein Geheimgang? Ah, sehr schön. Und ein Hirtenstab. Naja. Brauchen wir nicht wirklich. Ähm. Ja. Das heißt, wir haben jetzt die Bäuerin. Wir können... Wir lassen den jetzt mal stehen. Wie gesagt, der ist strategisch... Strategisch vielleicht nicht... Die beste Wahl. Oder sollen wir eher Richtung Distel sagen? Jetzt gehen wir zuerst mal zurück. Stellen die Bäuerin auf. Nehmen, schlafen wir erst mal, damit wir das Dach haben hier. Hm. Ihr seht mich jetzt erstaunt. Und zwar... Habe ich wieder relativ wenig Leben. Jetzt gucken wir mal schnell. Wir sagen, ich esse das hier. Ah, okay. Das macht dann den Unterschied aus. Alles klar. Ihr seht mich nicht mehr erstaunt. Dann müssen wir mal ganz kurz hier aufräumen. Da haben wir Knochen. Da haben wir Ränke und Flammen. Größerten Maiskolben. Ah, den können wir hier rein tun. Äh... Dann haben wir hier... Die Sachen. Den hier können wir löschen, weil der ist schlechter. Ähm... Das ist ein ungewöhnlicher... Stufe 3. Der ist schon Stufe 7. Für den Fall, dass wir mal... doch auf die Zauberei gehen. So. Dann haben wir... Entschuldigung. rein. Und... Fell. Fell war hier drin. Äh. Dann kommt das hier hoch. Ah, siehst du die Knochen? Wollte ich noch wegtun. Und dann haben wir noch... Äh, wo haben wir dann die... Dings. Da haben wir sie. So. Jetzt sind wir wieder aufgeräumt. Jetzt können wir... Ah, halt. Jetzt muss ich den... Äh... Den Stab. Den Stab. Den Stab ins Inventar tun. Und dann können wir jetzt die... Bäuerin aufstellen. Aber die könnten wir hier eigentlich... Weil die soll ja... Sozusagen... So. Ach, Quatsch. Jetzt. Kommt, deine Mahlzeit und eine Geschichte. Die Welt öffnet sich. Du tust es, Flammenblut. Du heilst die Hochweiden. Aber unsere Welt ist riesig. Glaub mir. Ich habe sie schon oft bereist. Richte dein Augenmerk auf die Warte im Düster Dickicht. Das wird unsere Welt weiter öffnen. Wir alle... Äh... Wir sind alle bei dir. Okay. Also, das heißt... Wir können jetzt... Was, haut ich hier noch was? Verlorene Handspindel. Wenn du denkst, dass wir machtlos sind, liegst du falsch. Mit meiner Handspindel könnte ich bessere Rüstung für uns herstellen und unsere Überlebenschancen erhöhen. Ich habe sie vor langer Zeit bei meiner Flucht im Düster Dickicht verloren. In der Nähe von Veskot, als ich rastete. Warte nicht länger. Ich halte dir den Rücken frei. Okay, also wir haben... Oh, da können wir... Schützenkapuze. Ich glaube, ich hätte mir die Rüstung sparen können sollen. Äh... Schützen-Set. Getrocknetes Fels. Leinen. Leinen, Leinen. Können wir schon Leinen herstellen? Was ist der Unterschied? Verschied. Was? Äh... So, mal hier. 44. Okay, das Schützen-Set hat ein bisschen Höhe oder ziemlich höhere. Das ist Waldläufer. Chance auf kritische Fernbreffer. Sandkampfschaden, Ausdauer. Regeneration und das Schützen-Set. Ausdauer. Skillshot-Schaden. Okay, das ist jetzt nicht ganz so einfach. Also, wir Leinen brauchen wir Flachs, das weiß ich. Ich glaube, Flachs haben wir noch nicht gefunden. Ähm... Wir müssen jetzt erst mal ein paar Sachen pflanzen. Äh, wo habe ich die Pflanzen? Nee. Äh... Haben wir hier was drinne? Nee. Da. Okay. Den wir kommen mal raus. Tomaten. Und Mais. Mauer 10. Also... Fünf. Nee. Nicht Essen. Äh... Wie war denn das nochmal? Shitkram. Kleinen Moment mal. Das Saatbeet. Ah! Das war's. Genau. Wir müssen Saatbeet herstellen. Metallschrott. Farmboden. Farmboden ist Erde und Knochenmehl. Und Knochenmehl stellen wir hierher. Brauchen wir bloß Knochen. Äh... Knochen haben wir aber nichts. Doch haben wir aber jede Menge. So. Also. Das kommt da rein. Dann brauchen wir für diese Beete brauchen wir... Holzscheide, Metallschrott und Farmboden. Okay. Den Farmboden den mache ich jetzt aus der Dauert Shitkram. Also tun wir jetzt hier erstmal das hier wieder weg. Und... Den Stab können wir eintüten. Ist egal wo wir den hin tun. Und hier eigentlich. Lebensraub wollen wir nicht. Äh... Dann will ich mal kurz die Schnitzel braten. Und dann überlegen wir uns... Ich werde überlegen ob wir gleich den nächsten ähm... ähm... Begleiter oder hier den... den nächsten Bewohner holen. Und das wäre ja dann... hier. Äh... Ich würde gucken, dass wir zu dem schreien zuerst. Und dann... Aber ich glaube ich nehme einen... Miasma-Trank. Und damit erhöhen wir uns schon mal die... Ganz kurz nochmal... Hier hoch auf... Na... 16 Minuten... Und los geht's. So wir wollen... Zuerst zum Schreien. Und dann... Wollen wir... Tagebuch... Ooooooh... Ne... Quests hier... Den hier wollen wir. Dann sind wir den gleich... äh... richtigen Dings... So... Jetzt... 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 Erstmal so... Wolange es geht... außerhalb von Miasma bleiben. Ich hoffe nicht, dass es jetzt... da oben ist. Ah... Vielleicht glaube ich hat's verarscht. Hm... Da gibt's aber auch noch was zu entdecken. Aber... Ach... Menno... Kommen wir da noch hin irgendwie? Oder habe ich das jetzt für Gei... Ah ne... Da ist er. Das hätte mich jetzt... ein bisschen geärgert. Aber wäre halt so gewesen. Irgendwas zum... Mitnehmen... Nein... So... Und jetzt müssen wir gucken... Wie wir... Da hat's überall Miasma... Vielleicht wär's von der Seite aus besser, oder? Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir können immer noch schnell reisen... Äh... Zum... Okay... Hier sind wir an der Grenze von der Karte. Und beim Miasma geht's mir eher darum, wie schnell kommt man wieder raus. Das sieht nicht gut aus. ніh... Neh... Dann machen wir's anders. Dann... reisen wir hier her... und nähern uns von oben sozusagen. Gucken. Gucken wir mal wie weit wir kommen. Gucken wir mal wie weit wir kommen. Gucken wir mal wie weit wir kommen. Schwer abzuschätzen, ob ich genug Flughöhe habe, wenn nicht. Okay, dann müssen wir hier doch bloß kurz die Ausdauer aufladen lassen. Kleinen Moment noch. Können wir da einen Funken mitnehmen? Schwer abzuschätzen, ob ich die Ausdauer bin. Schwer abzuschätzen, ob ich die Ausdauer bin. Das kennen wir ja schon. Ja, das hat sich gelohnt. Ich muss bloß noch mal schauen, wenn wir hier sind, wo geht's nachher hin? Eher hier runter. Eher zum südlichen Karawanenlager. Das ist eher die Ecke. Das ist eher die Ecke. Das ist zum erforschen. Ich kampf Musik. Die blöde Bienen. Okay. Oh. Okay. Fähigkeitspunkte zugekriegt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Können wir gleich mal gucken, dass da immer runtergefallen ist. Ist der tot oder hat er sich nur versteckt? Das sieht... Das war natürlich Blödsinn. Den hier will ich... Da haben wir eine Kiste. Oh. Oh. Ein Jägerbogen. Aber Stufe 3. Ich weiß. Man kann den ja aufwerten. Wir gucken jetzt auch gleich mal. Aber... Meiner hat aufgewertet. Stufe 7. Das heißt, der müsste mindestens vier Zusatzpunkte haben. Was er nicht hat. Hat nur zwei. Also ist der zum Zerlegen. Dann haben wir hier einen Schavert Stufe 3 mit 14 Schaden. Das ist Stufe 8. Also auch hier wieder... Kommen wir nicht hin. Zerlegen. Das können wir schon mal wieder raus tun. So. Das ist ein Schauffel-Schweinbild. Hmmm. Okay. Ah, da oben kommen wir hin. Irgendwas zum Entdecken. Ja, da kommen wir eine Etage tiefer. Und hier haben wir ein... Oh. Mana-Regeneration und Mana-Punkte brauchen wir nicht, aber schön, schön. So. Und jetzt gucken wir mal. Hm. Die Frage ist... ...ne ganz andere. Komme ich bis da rüber. Im Kleid. Ach, da können wir auf jeden Fall. Gucken wir mal. Es gibt... Ich weiß nicht, ob wir schon sozusagen, ähm... ...das Miasma kreuzen können oder überqueren können. Wenn das... Oh, nö. Kein Problem. Was ist denn das hier für eine Stufe? Miasma-Stufe. Ne, geht eigentlich, okay. 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 Aber wir haben noch eine halbe Stunde Miasma-Schutz. Das ist... ...zuerst mal ganz kurz was essen. Äh, tun wir uns hochbaffen. Äh, trinken. Und... ...ja, bringt Stärke. Ist besser wie nix. Das heißt, wir haben jetzt alles drei oben. Jetzt gucken wir mal, ob man hier irgendwo sinnvoll in die Gegend reinkommt. Ja, wir kommen noch ein Stückchen weiter rüber. Oh ja, wir haben ja noch einen Punkt zu vergeben. Und Knochen brauchen wir für die Erde. Das heißt, es ist gar nicht schlecht, dass wir da Knochen kriegen. Standort unten. Was ist das? Oh, keine Munition mehr. Mist. Okay, da habe ich nicht aufgepasst. Shitkram. Aber da muss ich jetzt durch. Kann ich Pfeile herstellen? Holzpfeile. Oh, ich Äste. Shit. Soll ich nochmal kurz raus Äste sammeln? Nee, komm. Das kriegen wir hin. Soll ich hin? Eine Menge von denen. Oh, okay, das ist jetzt blöd, aber dafür haben wir zur Not noch den hier. Oh, okay, das war jetzt nicht so toll. Ich glaube, ich glaube, wo sind wir? Oh, nee, wir sind echt am Arsch der Welt hier, oder was? Okay, das heißt... Jetzt kann ich eh ein paar Büsche plündern und mir Holzpfeile machen. So, weh. Was jetzt auch noch bald dunkle, ganz toll. Da haben wir trotzdem noch ein paar. Da ist jetzt die Frage, ob wir... Jetzt will ich jetzt auch nicht mehr den Ausgeruht-Buff haben. Ich glaube, ich gucke, ob ich das Zeug kriege und ich habe auch nicht mehr den... Also... Ich habe wieder den Meersmeertrank dabei. Also, wir machen folgendes. Das ist jetzt blöd, aber notwendig. Wir gehen nach Hause, rüsten uns nochmal auf und holen dann die Leiche. Ich würde sagen, ich hole euch wieder dazu, sobald ich mich auf den Weg mache, beziehungsweise sobald ich vor Ort bin, oder? Dann bis gleich. So, ähm... Klar, Moment mal. Was stimmt da noch nicht? Wir sind hochgeheilt, ausgeruht. Ich hole ganz schnell nochmal die paar Sekunden zusätzlich hier. Und das heißt, ich habe 200 Feuersteinpfeile. Ich hole mir noch den hier und weiß, den hätten wir erst nachher trinken brauchen können sollen. Aber wir machen jetzt hier Schnellreise. So, wohin gehen wir? Darüber? Ja. Shit happens. Jetzt wissen wir ja, wo es lang geht. Und ich hoffe, ich stelle mich diesmal nicht ganz so doof an. Das Blöde ist unten drin. Ich muss aufpassen, dass ich gegen die kleinen Viecher nicht schon so viel Leben verliere. Weil die größeren Schwebeviecher mit dem Bogen sollte es eigentlich dann hoffentlich kein Problem sein. Weil da mache ich eben auch deutlich mehr Schaden, wie mit meinem Magiestab. Aber das sehen wir jetzt ja gleich. Und da drüben ist unser Lager. Dann ist da drüben der Turm. Dann sind wir ja schon fast wieder da. Ich hätte jetzt... Ja, ich könnte mir überlegen, ob ich hier einen Schnellreisepunkt her mache. Aber das Krieg muss noch hin. Denk ich. Hoffe ich. So, also wir brauchen... Da kann man noch was essen. Da kann man noch was benutzen. Und... Das können wir noch nicht benutzen. Ist egal. Ups. Ah, hier. Den hätten wir vielleicht vorher auch freischalten können. Ich glaube, dann wären wir eben auch hier aufgetaucht. Jetzt gucken wir mal. Ausdauer wieder aufbauen. Ja, das geht deutlich besser. So, mal schnell hier verbinden. So. Und noch hier ein Schnurpselchen nehmen. Meine ganzen Sachen. Die ist dann... Das ist dann... Ich glaube, ich werde hier kurz raus, bis das weg ist. Das nehmen wir natürlich. Die Zeit tun wir mal wieder herstellen. Nicht, dass wir es jetzt schon bräuchten. Aber ich weiß nicht, ob wir hier wieder zurückkommen. Okay, hier müssen wir wohl durch. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe es doch, dass es da so einladend aussieht. Und ich meine mich auch dann zu erinnern. Da haben wir sie doch schon. Okay, Schmied. Sehr schön. Nee, achso beim Schmied. Aber jetzt haben wir den Dingsbums freigeschaltet. Den Schreiner. Ach, jetzt sind wir hier oben rausgekommen. Wir können jetzt hier relativ wieder schnell aus dem Jasma-Bereich raus. Okay, ich habe mich heute nicht so geschickt angestellt, würde ich ja zugeben. Wir gucken hier noch ein bisschen nach meiner Zeit. Noch noch sieben Minuten. Vielleicht können wir noch das ein oder andere entdecken. Die Zeit nutzen wir noch. Scheint jetzt hier nichts mehr zu sein. Das Wichtigste haben wir ja, wir haben den Schreinermeister da, den Zimmermann, befreit. Wenn wir aber schon hier sind, gucken wir da noch. Ah, siehst du, wir haben immer noch nicht den Punkt vergeben. Ups. Eine Spinne. So. Da haben wir noch einen Wulff. Gehen wir mal kurz so auf Fackel. Kein Geheimgang hier. Hätte ich jetzt erwartet. Dann halt nicht. Oh, da oben ist eine Kiste. Na? Okay, was ist das jetzt für eine Merkwürdigkeit hier? Okay, dann machen wir das anders. Ich hoffe mal, dass das geht. Jawohl. Und die... Eine Stufe 5 hängt aus Arx, aber hat nur einen, ähm... Einen Bonus sozusagen. Der wäre erledigt. Der ist doch noch ein bisschen was zum Erkunden hier. Gucken wir noch kurz in das Lager hier. Und dann gehen wir mal, was würde ich mal dann drüben? Schreinerlager, okay. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Als würden sie sich über mein Handwerk lustig machen. Sie waren nicht immer so grausam. Wurden sie vielleicht gezwungen, ihren natürlichen Lebensraum zu verlassen? Und diese Verderbnis... Ist diese Verderbnis daran schuld? Wenn der die Leute erzählen? Tante Irwetta meinte, dass sie wohl Angst haben. Und sie meinte auch, ich könnte das nicht sehen. Wahrscheinlich wegen meines einen Auges. Ich fand das nicht lustig. Kade oder Kate. Kate. Herr Fong. Okay. Haben wir noch was. So, wir können kurz was trinken. Und was essen. Sonst gibt es hier nichts zu entdecken, he? Okay, dann gehen wir jetzt wieder hier rüber. Jetzt gucken wir da mal fertig. Damit wir hier die Folge in die Kiste kriegen. Nichts, was offensichtlich rumliegt. Dietrich haben wir ja. Rüllerball. Okay, dann war es das hier. Dann gucken wir noch kurz hier drüben. Nö. Da kann man nachher hoch. Nix zum Lesen. So. Klos. Ah, ist das ein Geheimgang? Ne. Hätte ja sein können, dass hinter dem Schrank... Das ist doch was. Oh, eine Küste. Und... 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 Okay. Okay. Das war mal das Erdgeschoss. Und jetzt klettern wir noch nach oben. Und jetzt klettern wir noch. Nee, das geht nicht. Geht gar nicht. Okay. Ja, ich würde sagen, das war es eigentlich dann schon. Vorne waren wir ja auch schon, oder? Ja. Jetzt, wo wir die Bäuerinnen haben und Sachen anbauen können, gucke ich natürlich immer, ob ich irgendwelche... Pflanzen finden, die man sammeln kann, damit man die in diesen Aufzucht... ... Station dann nachher... ...heranziehen kann. Aber hier hat's nix. Nee, leider nicht. Ja, da werden wir schon noch Zeug finden, gar keine Frage. Würde man sagen, wir machen mal Schnellreise zurück, damit wir den Klops aufstellen können. Und da erstmal kurz hier verräumen. Da haben wir... Da haben wir... ...das... ...Schrutt kann man hier rein... ...Stein... Oh, was haben wir sonst noch hier drin... ...äh... ...nix von... ...das... ...mycel... ...da muss man mal gucken, für was wir das brauchen... ...das können wir mal hier rein tun... ...knochen... ...knochen... ...ähm... ...den brauchen wir... ...ne, den hier... ...nicht... ...nicht... ...so... ...den brauchen wir nachher... ...äh... ...das kann man hier aufräumen... ...was haben wir hier... ...ach... ...Lagerfeuer habe ich mitgenommen... ...ähm... ...ah... ...und hier ist das mit Zeel... ...das haben wir schon... ...und dann können wir das hier rausnehmen... ...kön wir das hier rein tun... ...und... ...hier haben wir Essenszeug... ...da kann man das mal reinpacken... ...ähm... ...ja das Lagerfeuer packe ich mal schnell da dazu... ...das ist nicht wirklich sinnvoll... ...aber... ...dann haben wir hier alles was mit... ...ähm... ...das haben wir hier auch... ...hmmm... ...wuss ich gucken... ...aber ich würde fast... ...sagen... ...dass es sich nicht lohnt... ...habe ich da noch was... ...nehm... ...hier... ...ähm... ...nehm... ...nehm... ...sag mal... ...das ist doch hier... ...oder da... ...ah... ...das kann man da rein... ...das da rein... ...das da rein... ...und... ...dann... ...stellen... ...wir jetzt mal... ...den... ...Schreiner auf... ...den können wir mal da hinten hinstellen... ...so... ...jetzt haben wir... ...alle... ...fünf... ...Begleiter... ...die es gibt... ...jetzt reden wir noch mit denen... ...und... ...was will der hier... ...verlorene Ausrüstung... ...ah... ...wo ist sie nun... ...sie war genau hier... ...meine Ausrüstungstruhe... ...ich brauche sie... ...für meine Arbeit... ...aber sie wurde mir geklaut... ...ich sage dir... ...jemand... ...hat die ganze Truhe mitgenommen... ...frag nochmal nach... ...ja... ...irgendjemand... ...hier ist ein dreckiger Dieb... ...naja... ...glaube ich jetzt weniger... ...dan haben wir hier... ...okay... ...da haben wir jetzt mehr... ...oh der hat eine Menge... ...flammenblutig... ...erkenne diesen Blick... ...wir teilen eine Leidenschaft... ...nicht wahr... ...Architektur... ...Kunst... ...Grabraub... ...ich meine... ...vergessene Schönheit... ...bewahren... ...es wird gemungelt... ...dass unsere Königin... ...neben ihre Kuriositäten... ...begraben wurde... ...obwohl niemand weiß... ...wo... ...jetzt da... ...hat die Dame wohl... ...keine Verwendung mehr dafür... ...und sie ist ja tot... ...warum also nicht auf... ...Entdeckungsreise gehen... ...Brücke... ...du hast meine Notiz gefunden... ...ja... ...ich zähle mich... ...seit lange... ...zu den Besten... ...obwohl meine Sante... ...Brelin... ...da ganz andere Meinung war... ...natürlich haben... ...große Künstler... ...eine Signatur... ...um ihre Werke... ...zu kennzeichnen... ...meine ist eine Truhe... ...die ich auch... ...im Fundament der Brücke... ...von Brelin... ...hinterlassen habe... ...direkt... ...am mittleren Pfeiler... ...und trotz meiner Bemühungen... ...hat es bisher... ...noch niemand bemerkt... ...okay... ...eine Ausrüstungsruhe... ...nicht so laut... ...ja ja ja... ...ich habe sie mir ausgeliehen... ...ich wollte... ...ein paar alte Projekte... ...zu Ende bringen... ...weißt du... ...ähm... ...wenn du es dem alten Oswald erzählst... ...verliere ich vielleicht noch... ...meine andere Hand... ...hör mal... ...ich sage dir... ...wo du sie findest... ...und du... ...sagst gar nichts... ...in Ordnung... ...du hast mein Lager in der Nähe... ...von Morvena gefunden... ...beschaulich oder... ...wir haben versucht... ...dieses Land bewohnbar zu machen... ...wunderbare Seen... ...und eine tolle Aussicht... ...alles... ...aber als... ...wir uns niederließen... ...wehrten sich die wilden Tiere... ...vehement... ...vielleicht gaben wir uns... ...schließlich gaben wir unsere Bemühungen auf... ...die Welt war bereits... ...im Begriff auseinander zu fallen... ...da habe ich beschlossen... ...die Flammenkrypta zu betreten... ...nicht nur um die Gegenwart zu retten... ...sondern um die Zukunft aufzubauen... ...weißt du Flammblut... ...ich habe geholfen... ...Morvena zu bauen... ...und ich habe sie nach... ...meiner friedlichen Tante benannt... ...ich habe hier in der Gegend... ...tatsächlich schon viele Städte gebaut... ...schon mal was von... ...Diadwün gehört... ...ich glaube... ...ich habe dort einige meiner... ...fachwerkblöcke zurückgelassen... ...warum siehst du nicht mal nach... ...wer es findet... ...dem gehört's... Okay... ...dann hat hier noch... ...Igiener... ...Schreiner gerettet... ...noch ein freundliches Gesicht... ...eine hervorragende Ergänzung... ...für unsere Gemeinschaft... ...Mörser... ...der Alchem... ...des Alchemisten... ...mein treuer Mörser ist verschwunden... ...ich vermute... ...er befindet sich tief in meinem Turm... ...nahe Distelsamen... ...bitte finde ihn für mich... ...ich werde damit... ...zur größerem in der Lage sein... ...okay... ...das heißt... ...jetzt haben wir eigentlich... ...die gesamte Mannschaft zusammen... ...wir haben eine Menge... ...aufgaben bekommen... ...und... ...ich werde... ...mal schauen... ...ich werde auf jeden Fall... ...Offscreen... ...hier... ...diese... ...saat... ...gut... ...tische aufstellen... ...damit ich ein bisschen... ...was züchten kann... ...wird sicherlich auch... ...ein paar Felder... ...schonmal anlegen... ...weil die dauern... ...eine ganze Weile... ...bis dann... ...das Zeug gewachsen ist... ...das heißt... ...da wird es euch wahrscheinlich... ...eher interessieren... ...wenn dann soweit... ...alles fertig ist... ...also ich werde... ...wie gesagt... ...bis zum nächsten Mal... ...hier... ...bisschen was vorbereiten... ...und dann... ...können wir mal schauen... ...wir haben jetzt eine Menge... ...neuer Infos gekriegt... ...ähm... ...hier oben... ...Mörse des Alchemisten... ...wir haben... ...ähm... ...ach... ...da müssen wir eh noch hin... ...Salzminenstandort... ...Geräusche in der... ...im Gemäuer... ...dann haben wir hier... ...der ewige Zauber... ...den müssen wir noch holen... ...ähm... ...dann haben wir hier... ...Grabmal der Königin... ...ganz interessant... ...das haben wir schon... ...Handspindel der Jägerin... ...das wäre nicht... ...uninteressant... ...weil... ...ähm... ...ich glaube... ...da kann man nochmal... ...besseres Zeug herstellen... ...also... ...ich würde sagen... ...für diese Folge... ...war es das erst mal... ...tut mir leid... ...dass mit dem... ...ähm... ...da wo ich etwas zu lange... ...pausiert habe... ...da am Anfang... ...war heute auch ein bisschen... ...chaotisch... ...irgendwie hat sich's... ...bin ich nicht so... ...reingekommen... Vielleicht liegt auch da... ...dass ich drei verschiedene... ...Spiele spiele... ...momentan... ...seist rum... ...wenn es euch gefallen hat... ...was ich natürlich immer hoffe... ...wenn ich für euch solche Sachen... ...ja aufnehme... ...dann seid so nett... ...gebt mir einen Daumen nach oben... ...mhm... ...wenn ihr mir... ...was Gutes tun wollt... ...könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren... ...dann könnt ihr die Pimmel aktivieren... ...und kriegt mit... ...wenn ich wieder was hochlade... ...Kommentare schreiben... ...immer gern gewünscht... ...und ansonsten wäre es einfach toll... ...wenn ihr in der nächsten Folge... ...wenn ihr mit dabei werdet... ...hier bei Entschrouded... ...gerne... ...oder auch mal... ...in meinen anderen Gameplays... ...vorbeischauen... ...aktuell... ...Nightingale... ...ein sehr sehr schönes Spiel... ...mal was ganz was anderes... ...und natürlich hier... ...mein... ...Evergreen... ... äh... ...Corn Exiles... ...momentaren Savage Whites... ...natürlich... ...immer Gameplay mit Mods... ...bis dahin... ...macht's gut... ...tschüss zusammen... ...passt auf euch auf... ...und ihr wisst ja ne... ...immer schön gesund bleiben... ...bye bye... ...und... 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 ...und...